Hallihallo meine Lieben, da sind wir mal wieder bei Final Fantasy XN mit der Lene. Ähm, ja, wir sind in Guad-o-Salam, waren gerade im Abyssum und jetzt gehen wir zurück. Hurra! Otto's problem, not yours. What's her? So, Lulu, what do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way is fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat XN and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. Hmm. Ah, yeah, what sort of? Why is he? Oh. I can marry. Habe ich schon genug dann. Ja. Eh, Riko? Ja. Oh. Ja, ich auch nicht, Riko. Das ist es ja. Ich will auch nicht da durch. Lulu. Ja, noch. Okay, okay. Aber, 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 und dich, Lulu? Nein, ich will sie ja nicht verärgern. Äh, aber ich hab sie lieb. Ich will sie ja nicht verärgern. Ja, Mann. Bestimmt. Dann, ich will da hin. Meine, was the Lady Summoner not with you? No, she's at Seymour's place. That's Maester Seymour, or Lord Seymour. Oh, I'll be careful. Sorry. That's all right. Oh, Maester Seymour left Guadal-Salam a short while ago. You serious? I believe he went to the temple in Makalania. Maester Seymour is also the high priest of that temple. Whoa, I gotta tell the others. Wo ist dann Yuna? Das ist die Frage. High two, we'll go to the temple in Makalania shortly. Das ist ein Suspekt. Hey, 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 Leute. Leute, Leute. Oh my gosh, what the fuck? Yuna ist lost. Das geht doch mal gar nicht. Was macht Yuna? Was soll das? Und das ist die Frage. Unglaublich weißer Naja So wirklich glauben kann ich das ja jetzt nicht Aber gut Auf dem Macarena Tempel Ey Macarena Ich mag die Donnerstippe nicht Aber Macalania liebe ich Oh Gott das ist so wunderschön dort Oh nein Wir sind hier Ich bin hier Ich bin hier Schön, dich zu wissen. Von Blitzableitern schlägt der Blitz nicht ein. Man sollte stets Schutz suchen. Wenn jedoch ein Blitzableiter in der Nähe ist, kann man mit X Blitzeinschlägen ausweichen. Dazu muss man so dann ununterbrochen zu X drücken, könnte allerdings gefährlich sein. Ja, er läuft wieder zurück. Eine angenehme Reise. Äh, ja, genau. Aber die Musik ist immer cool. Für nix weder. Weh. Nein, und Monster auch noch. Tüpp, tüpp, tüpp. Tüpp, tüpp. Ach, was ich, äh, das lieber eins. So. Elektrokugel geklaut. Kümmer dich um den. Ah, daneben. Tüpp, 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 tüpp. Hab ich dir vorher nicht geheilt? Autsch. Dafür werdet ihr sterben. So, du als erstes. Teilchen, gell. Wasch. Nein, du lebst ja noch. Verdammt. Aber ich muss, äh, Rico austauschen. Bete mal eine Runde. Bling, bling, bling. Töten. Och Mann, ey. Tü, 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 tü. Tü. Okay, jetzt mal was. Tü, 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 tü. Mokkawaka. Mach mal. Was? Du, Louis. Ach, was könnt ihr beide überhaupt, ey? Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Hoffentlich sterbt ihr gleich. Mein Gott, ey. Hat aber jetzt lange gedauert. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Ja, wenigstens gibt's Level Up hier. Hm. Hm. Bewegen. Ob er Subvita lernen soll? Ich glaube nicht. Magie. Drei gestiegen. Hey. Oder? Ach, was sollst du? Du brauchst das nicht lernen. Bewegen. Benutzen. Kraftsphäroids. Angriffskraft von Riku und zwei gestiegen. Sonst noch wer? Nein. Ich will erst wieder Schutz tun. Hi, Potions. Nein. I hate Monsters. I hate Monsters. Ach, nee, ist das schön. Stirb. Ach, wieso? Was macht eigentlich Subvitra? Subvitra. Okay. Entzieht Hoppy. Das ist gut. Ich will aber, dass die MP... BAM. Düb, 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 düb. Ja, und Detlef kämpft mit der Bruderherzwaffe. Das ist gut. So, erst mal kurz. Wieso hat Lulu wieder so wenig, äh... HP. Das ist nicht komisch. Abweckloft steigt. Speichern kurz. Wado, salam. Shit. Verspeichern. Ah, ich will zum Kaktorstein. Diese blöden Monster. Mondschleier geklaut. Da muss Wacka, glaube ich, ran. Kommt schon, Schatz, Wacka. Baff. Düb, 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 düb. Oh, scheiße. Ist nicht so gut. Ah, Riko ist noch so, so schwach in meiner Gruppe. Irgendwie muss ich die ja hier so aufkriegen. Ja, nee. Zum Glück mal nicht. Clown. Mondschleier-Klaut. Haha, nochmal. Und du täuscht gegen Lulu. Das ist jetzt der Schluss hier. Kann auch wohl hier angehen. Wusch. Ey, da hat er überlegt. Was? Die Magie des Rallwors steckt. Du bist büßen. Oh, Mann. Das wird noch ein langer Weg für Riko. Die, 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 die. Ah, wo? Ey, ihr seid so scheiße. Ein dorfen Klein-Kackviecher. Halt auf, ey. Immer Riko. Ah, die muss hier ein Traumadurchleiden von Blitzgegnern ungenietet werden, ständig. Da hätt ich auch nichts von Blitzgegnern. Haha, ah, 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 I'm fine. He, he, he. Und ich geh's mal am besten weg. Merch! Du, 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 du. Wie wenig Riko kriegt. Kaktorstein. Ein seltsam leuchtendes Monument. Er betet davor. Ich weiß zwar nicht, was das soll. Aber ich glaub, äh. Ich bin gerade ungenietet vom Blitz. Aber ich glaub, das ist, ähm. Ich weiß, was ist das? Äh. Ich hab's jetzt. Der Elektroquiegel geklappt. Der Elektroquiegel geklappt. Der Elektroquiegel geklappt. Oh, im Aufregel. Ist unglaublich. alle wollen wie gut tot sehen was ist das nur für eine Welt sie hat euch doch nichts getan Alton Schicht nach genauer Ok das war nutzlos Schatzmann die Buster in your face Das ist genau ordentlich. War doch noch was, oder? Ja. 5000 Ge... Nein, und ein Monster. Hurra! Ich kenne doch so gerne gegen Monster. Ich kann mir nicht schöneres bocken. Hallo. Riku. Ich will Mondschleier-Clown. Ja, Mondschleier-Clown. Ich dachte, Riku ist wieder dran. Obwohl... Autsch. Das wird Riku jetzt sehr wehtun. Ja. Oh Gott, wie schwach sie einfach ist. Mein Gott, Riku, jetzt stell dich mal nicht so an. Ähm... Wok. Ähm... Ah, Scheiße. Er hat eine Elektrik. Klinge daran habe ich gar nicht gedacht. Fuck. Das muss ich gleich mal unbedingt ändern. Los, Lulu! Du schaffst das schon! Du, 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 du! Du, du, du! Auf. Jaa, fisch! Du 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 Ah ja Benutzen HP von Waka um 200 gestiegen Lulu bewegt sich auch hier hin so benutzen Zaubert wäre von Lulu um 4 gestiegen Dann bewegst du dich hier hin oder? Was ist das hier von? Hey, den kann ich ja gleich benutzen Hier hin Benutzen HP von Detlef um 200 gestiegen Benutzen Level 1 des Spheropass So Du bewegst dich auch mal hier hin So HP von Waka um 200 gestiegen Das ist eigentlich sehr wichtig sogar Hehehe Magie steigt um 3 Hmm Yuna kann auch noch Hier hin Zaubert wäre um 3 gestiegen und Geschick steigt um 3 Oh, Kimari Oh, Kimari Und das ist Kraft von Kami Kimari um 1 gestiegen Um ganze 1 So, wo geh ich denn gleich mit Kimari lang? Ich glaub hier unten Wo Auron ist Ausrüstung erstmal von Auron ändern Ähm So So Jetzt war ich unvorbereitet Das war ja voll gemein Ah, immer diese Kämpfe Ich mag diese Kämpfe nicht Hehehe Du 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 Wow Patsch Wow Das ist nicht so gut Hehehe Patsch Jetzt muss ich die alle wieder heilen Ich glaub ich verbrauch meine Potions Erstmal Sphérobrett Ha, ja das ist ein bisschen nervig alles Es tut mir leid, dass ich das immer sofort mache Aber äh Ja, warum nicht? Geschickt und 3 gestiegen Das gehört nun mal dazu Was soll man denn machen? Man bewegt sich wieder zurück Nein Wofür hab ich denn den Sphérostock benutzt? Magie um 1 gestiegen Haha Hey Klasse Ich wollte doch meine Potions dafür benutzen Ist auch egal jetzt Schilinder Heile mich Schilinder Ein Hinterhalt Oh Gott Ja sicher Ja sicher Und sonst geht's dir gut Ne, du scheiß Echse Sieg ist für den Hört sich mal interessant an Bam Und jetzt du es Bam Dong No Dohi Du 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 duublowing Nein Ah 無 Uh Was ist die Gesinger? Fühlt sich, wenn der Gegner besiegt ist. Das ist aber scheiße. Schilinder, heil mich! Oh nein! Ähm, ähm, äh, 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 doch keine Hochzeit! Nein, nein, nichts da! Du sollst mich heilen, du doofe Ische! Doofe Kuh! Man, diese doben Monster, ey, die sind so nervig, so voll am nervig! Ich sollte mal Riku teilnehmen lassen, ey. Da war erst mal die bösen, bösen Monster weg. Komm, du greifst, du greifst, nur die Tasten hängen mal, du greifst nicht mal an! Nein! Wieso? Tötet ihn doch mal einer, ey. Zum Glauben! Au! Zorn! Nee, ich will nicht mehr! Was war? Spüre den Zorn von Muge! Vernichtend! Du, 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 du! Ich muss mich ständig heilen, gleich hat sie keine MP mehr. Äh! Ich... Verdammt! Ich achte da doch gar nicht mehr drauf nach den Kämpfen. Nein! Wieso? Puh, das ist echt anstrengend mit denen, ey. Ha, Mondschleier, zweimal geklaut. Ja, diese Musik verleitet mich zu mitsingen, obwohl ich das eigentlich hasse, wenn man dann ständig mitsingt und das nervt dann. Ah! Manchmal hält man das echt nicht mehr aus. Aber ich mach's selber, verdammt! Hab ich selbst verraten! Mein Gott, siehst du viel ab, Mädchen. Ich bin echt entzückt. Auge! Stirb! Darf das Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku-Riku! Die Wasserbombe erhalten. Noch ein Kaktor-Stein. Ich glaub, wenn wir die aktivieren, dann kommen irgendwo ein Kaktor an. Ja, auch für Donnerstippe. Treffen wir auf welche... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber so müsste es, glaub ich, gewesen sein. Ja, dann sag ich jetzt schon mal, vielen Dank, dass ihr meinen Part angeschaut habt. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir die Donnerstippe durchqueren. Und, äh, ja, ne, würde ich mal sagen, viele liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch eure Lenschen-Van an sich. Ciao!